Hallo und Willkommen zurück zur nächsten Runde. Wir waren jetzt hier an dem Wrack. Ich hoffe uns ist das Schicksal hold oder das Glück, dass wir noch ein bisschen was Interessantes hier drinnen finden, jetzt auf diesem Blumentopf, den ich in der letzten Folge gescannt habe. Oder den hängenden Blumentopf hier. Okay, also ich glaube, das Spiel knallt gerade wieder voll durch. Entschuldigung, das dumpfe Geräusch war gerade mein Ellbogen auf der Drittischkante. Jetzt tun wir wieder mal schweißen. Na ja, wie geht's denn euch so? An dieser Stelle könnt ihr das unten in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Ich hoffe euch geht's gut, also mir geht's zurzeit immer noch gut. Ja, ich hoffe euch geht's fabelhaft, das wäre natürlich wundervoll. Und schon geht's weiter. Was ist das? Lichtstabfragment. Okay, wo geht's hier hin? Ja doch. Ja doch. Okay. Also was auch immer das Spiel von mir will. Alles klar, ich hab's verstanden. Hamster 6. Habe ich ihn getroffen? Jetzt ja. Sobald irgendwo gelbe Wolken sind, habe ich alles getroffen, was ich treffen will. Gut. Jetzt wollte ich mal hier drinnen wissen, was ist da unten. Oh. Cool. Ein Bohrarmfragment. Das war nicht. Das war nicht gerade, was ich finden wollte, aber... Ach, die Dinger funktionieren mit Batterien. Okay. Aber selbst mit dem Kompressionsverämpfer daddelt er ziemlich viel Sauerstoff. Okay. Oh, hier drüben noch irgendwas. Oh, hier drüben noch irgendwas. Nein. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Caution. 30 seconds of oxygen remaining. Also das Wrack ist ja richtig sensationell. Also da gibt's richtig viel zum Scannen drinnen. Aber wir brauchen ja nicht nur was im Scannen, wir brauchen auch diese Kisten. Also diese Kisten sind Gold wert. Ach so. Naja, das war ja fast zu erwarten. Jetzt möchte ich erstmal kurz Bilanz ziehen, was können wir jetzt schon alles herstellen, was nehmen. Okay, Zyklopteile fehlen uns noch. Kernreaktor, hatten wir auch schon einen Teil gefunden. Braunanzug, haben wir jetzt in Bohrarm einen Teil gefunden, einen Teil gescannt. Oh, hey, 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 hey. Sieht ja auch richtig cool aus. Die habe ich auch noch nie gesehen. Kann man das ausgehen? Gesehen habe ich die echt noch nie. Gesehen habe ich noch nie gesehen. 1 2 noch immer Sandstein dann bin ich ganz ganz glücklich und ich brauche was zu essen Kalkstein Kalkstein überall nur Kalkstein aber ich will Sandstein und Fischis ja ja ich hab's schon verstanden alles klar alles cool das klingt aber auch... also ich weiß auch nicht das Spiel muss auch ein bisschen was noch in... an der... an der... an der... an der... an der... an der... auch nie an der Marke... ja jetzt auch nicht wie ich das so ausdrücken soll Gold? ich will aber kein Gold Yes! Silber! rauf zurück aber seltsamerweise habe ich jetzt noch keine Eier gefunden großartig aber echt ohne Witz das diesen Landabschnitt habe ich auch noch nie großartig gesehen noch mal heil noch mal heil rief rief Jetzt aber schnell zur Rettungskapsel. Die Rettungskapsel wird meine Rettung sein. Habe ich eben mal Schrott aufgesammelt? Kann das sein? Ja, da schmeißen wir das Schrott erst mittlerweile über Bord. Der Energielieferant ist zurzeit wichtiger. Tschüss. Wenn man die komplett ignoriert, tun die eben gar nicht. Also nicht so viel. Also wenn man jetzt immer... Dieser Oufferunfall sollte nicht umsonst gestorben sein. Ich habe es schon verstanden. Ich habe schon. Ich bin schon auf dem Weg. Bremse. Trotzdem, der Typ, also der Charakter hat übelst viel Hunger. Also, ich weiß auch nicht. Da muss doch, da muss doch... Warte mal, wo ist der Fisch hin? Da. Da muss doch... Da muss doch keinen Magen haben. Da muss doch das Zeug in sein Organe stecken, die Fische. Und da muss es schon wieder ausfallen. Das ist wirklich das Einzige, was noch fehlt. Irgendwie großartig. Irgendwie so ein Gerät, was so ähnlich wie hier. Anstetten von Bandagen und sowas hier. Erste Hilfe Paket. Äh, Nahrungs... Nahrungsmittel herstellt. Ja, ich komme schon. Ich komme schon. Das sind diese Dinger da unten. Die fressen so viel Strom. All primary systems online. So, den nehme ich auch natürlich auseinander. Also... Das war zu groß gebaut. Ich habe zu viel gedacht schon wieder. Ja. Den wollte ich wegbauen. Ups. Das sind die Dinger wegbauen. Ich komme. Da ist die Dinger wegbauen. Ja, auch wenn das ein bisschen nervig ist. Die ist zickzack hier. Aber... Ist besser. Ist wirklich besser. Bamm, 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 bamm. Was brauchte ich jetzt alles? Also schon einmal, zweimal Titan. Einmal Glas. Ähm, was noch? Komfortrat. Kabelsatz. Äh, nein. Da wollte ich nicht hin. Komm, komm, komm. Ach, geht jetzt nicht. Ach, okay. Die Zeit ist schon wieder vorbei. Naja. Das Ding werden wir in der nächsten Folge endlich herstellen. Fertig bauen. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.